Noch ein paar? Komm her. Lecker, lecker, lecker. Machst du das? Super, klasse. Feine Maus, hier, in deinem kleinen rosa Kleidchen, hier. Mh, köstlich, köstlich. Wenn du das erstmal alleine machst, mein Süß, dann kannst du dir aussuchen, welche Körnasse du isst. Kannst du dir die leckersten immer raussuchen. Hier, schnüff, schnüff, warte. Zupi. Zupi. Da klebt was. Hier, da klebt was. Jetzt klebt es da nicht mehr. Super. Gleich lecker, den Stuhlheim. Hier. Papier ruft schon wieder. So, Wutzi, Wutzi. Wutzi, Wutzi, Miki, Maus. Auspacken? Ja? Äh, ausgepackt. Ausgepackt. Ausgestiegen. Ja? Geh runter zum Papa? Ja? Na, komm. Komm, kurz. Na, trafst du dich? Na, komm, heute. Schaffst du. Ist auch weich da unten. Jawohl, gut gemacht. Prima, prima. Wiedersehen, ihr Süßen.